Ping-Pong Bebe Fing Bebe Fing Bebe Fing Bebe Fing Die Sonne und der Wind Eines Tages näherte sich der Wind der Sonne und fragte Hallo Sonne, wer glaubst du ist der Stärkste der Welt? Ich bin's, der Wind Oh echt? Die Sonne kicherte Wenn du mir nicht glaubst, lass uns darauf retten In diesem Moment sahen sie einen Mann durch das Feld gehen Siehst du den Mann? Wer es schafft, seine Jacke auszuziehen, gewinnt Sobald der Wind das sagte, fing er an zu wehen, so stark wie er konnte Das ist komisch, warum ist der Wind so stark heute? Der Mann hielt seine Jacke fest Der Wind wehte stärker und stärker Aber je stärker der Wind wehte, desto fester hielt der Mann seine Jacke fest Sobald der Wind aufhörte, kam die Sonne heraus Okay, jetzt bin ich dran Schau dir das an Die Sonne lachte und begann zu scheinen So hell wie sie konnte Hä? Warum ist es plötzlich so heiß? Oh, es ist zu heiß Oh, oh Der Mann fing an, einen Knopf aufzumachen Dann noch einen Und noch einen Aber es war immer noch zu heiß Also zog er seine Jacke aus und warf sie weg Oh, oh Es ist zu heiß Siehst du das, Wind? Du hast versucht anzugeben, hast dich dabei aber selbst blamiert Der Wind wurde so beschämt, dass er wegblies Hallo Leute Gefällt euch unser Video? Vergisst nicht uns zu abonnieren Abonnieren! Sucht nach Pingfong auf YouTube Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Wenn dann auf dem alten Vielen Dank.